Hi, hier ist Niklas für 1&1 und ihr kennt das ja sicherlich, die Kameras der Smartphones werden heutzutage immer besser. Hier zum Beispiel vom LG G4 haben wir auch die Möglichkeit dann mit der Kamera Fotos im RAW-Format, also unkomprimiert abzuspeichern. Und da geht einem natürlich auch schon mal der Speicherplatz aus. Daher möchte ich euch einmal zeigen, was ihr dagegen unternehmen könnt, denn beim G4 haben wir den Vorteil, dass wir einen MicroSD-Karten-Slot haben. Wenn die MicroSD-Karte eingesetzt ist, können wir dann einmal unter den Einstellungen zunächst einmal gucken, was kostet uns denn hier am meisten Speicherplatz. Dazu einfach unter Allgemein und dann unter dem Punkt Speicherverwaltung. Dort können wir uns einmal auflisten lassen, welche Bereiche am meisten Speicherplatz fressen. Sehen wir zum Beispiel, dass hier die Apps 1,24 GB in Anspruch nehmen, Fotos und Videos 1 GB. Und auch, dass wir jetzt hier eine MicroSD-Karte eingesetzt haben und wie viel Speicherplatz diese uns bietet. Möchten wir dann beispielsweise die Apps auslagern vom internen Speicher auf die SD-Karte, geht das hier unter dem Punkt Apps in den Einstellungen. Und dann können wir direkt hier, wenn wir einmal zur Seite scrollen, uns anschauen, welche sich auf die Speicherkarte auslagern lassen. Auch sehr praktisch. Dann sehen wir direkt, welche Apps ausgelagert werden können. Klicken dann eine App an und dann sehen wir auch hier diesen Punkt auf SD-Karte, auf Speicherkarte verschieben. So, dann dauert das einen kleinen Augenblick. Und schon habt ihr ein bisschen zusätzlichen Speicherplatz gewonnen, indem ihr die App dann auf die SD-Karte gelegt habt. Wir können natürlich nicht nur die Apps auslagern, sondern auch Dateien wie Fotos oder Musik. Dazu dann einfach im Menü hier immer den Dateimanager aufrufen und dann am besten den Punkt Alle Dateien auswählen. Ich habe es nämlich mal versucht über Bilder oder Musik, da hat es leider nicht geklappt, warum auch immer. Aber wenn wir hier über Alle Dateien gehen und dann den internen Speicher auswählen und beispielsweise jetzt hier DCIM ist immer der Speicherort eurer Kamera. Wenn wir das dann auswählen, Kamera, jetzt können wir ein Foto zum Beispiel auswählen und sehen dann, dass wir hier die Funktion haben verschieben und wählen dann jetzt hier die Speicherkarte einfach aus. Und schon haben wir das Foto verschoben. Das funktioniert natürlich auch, wenn wir das mit mehreren Apps machen wollen. Dazu wählen wir dann einfach hier diesen Punkt aus und können dann jetzt hier gleich mehrere Apps gleichzeitig anwählen und können dann diese auch verschieben über diesen Punkt hier. Einfacher ist es natürlich, wenn wir direkt der Kamera sagen, dass sie Fotos gar nicht mehr auf den internen Speicher ablegen soll. Dazu starten wir die Kamera-App und können dann hier oben über das Zahnrad auswählen, ob wir die Fotos auf die SD-Karte speichern möchten oder halt auf dem internen Speicher. Ich hoffe, ihr seht das hier, wenn man dann die SD-Karte als Symbol dargestellt und einmal das Smartphone. So habt ihr dann halt den Vorteil, dass die Fotos direkt auf den externen Speicher, auf die Micro-SD-Karte gespeichert werden und ihr diese nicht immer extra einzeln dann manuell verschieben müsst. Ja, wir hoffen, euch hat dieses kurze Video geholfen und ihr wisst jetzt dann, wie ihr mit dem LG G4 den internen Speicher immer schön frei haltet. Ist bei allen Android-Smartphones ungefähr gleich, von daher auch in etwa so auf andere Modelle dann zu übertragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann doch gerne einen Daumen hoch geben und bis zum nächsten Video.